so hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen aktuellen folge creatives heute dabei haben wir den cold mystery ja nicht natürlich es wäre ja ein bisschen bescheiden ja das stimmt allerdings hallo schön und herzlich willkommen zurück mein name ist hartkäse und ihr wisst bescheid ja bei uns ist jetzt irgendwie eine zeit lang paar tage mal was ausgefallen weil keine ahnung ja war ein bisschen schwierig einen gemeinsamen termin zu finden so sieht es aus heute morgen ist ja gut deswegen wird heute morgen aufgenommen und ich habe jetzt gerade ein bisschen schwierigkeiten mit den aufnahmen was orient blind forest angeht den pumpe habe ich gerade schon erzählt mir ist gestern wieder die aufnahme verreckt die letzten 20 minuten fehlen ich muss das ganze spiel normal spielen weil ich keinen back up punkten gehabt der passend ist also von dem her ja gut dann wir müssen uns gerade erst mal einsetzen was vor überhaupt die letzten male getan haben ja jetzt überlegen wir mal was haben wir die getroffen auch auf jedem fall hatte mal hier irgendwas eine so eine errichtet und ich weiss immer noch nicht warum dass hier das einzigste spiel ist was auch mein pc Julius morfall hat nun an ahnung dass ich gerade ein bisschen das mache ich eigentlich auch nicht runter ich weiß es nicht ich bin immer hinterher ja noch ein teleporter warum sollen runterlaufen ja keine ahnung ich bin nur der doofe der hinterher läuft also von dem her don't judge me ok ich werde das mal checken gehen opfer dahinten unserer weizen macht tagdorf und wir ja lalalala ich habe nachher noch so viel zu tun ich muss nachher noch sachen schneiden weil ich habe echt noch nichts geschnitten ist halt echt blöd mit dem mit der aufnahme von gestern das alles so im arsch ist ja glaube ich super ärgerlich sagt man immer die show muss weitergehen richtig das ist korrekt vermisst du das vom ganzen minecraft spiel vergesse ich immer das springen weil ich brauche da nicht mehr springen echt ich springe minecraft nicht mehr geht ja das automatisch ok das problem ist ich kann jetzt auch nicht so viel sagen weil ich bin ja schon weiter als momentan die folgen sind also gerade sagen weiter als ich in was er das jetzt nicht aber von den folgen ja bin ich viel viel weiter so ich sehe gerade mein cpu der ist ich kann natürlich daran liegen ok hier sind schon mal sehen schön drin ich versuche gerade mal ein bisschen zu sortieren das sind sich gut an dann machst du mal eine sortier folge auch mut mut der erde badam bambusch genau diese schlechten witze hier hier drüben sind auch noch kisten der falls du ja ich versuche erst mal hier zu gucken was ich hier schon drin ist könnte vielleicht eigentlich mal gucken auch schon auch hier noch ein paar stone chest das machen oder ja war ich davon welche weil da geht ja eigentlich schon ordentlich war drei kann man so sagen dann geht ja schon mehr rein also in diesen komischen holzdingern da ja ja die treppe treppe ich bin voll der treppe hängen geblieben immer dieses mod also mut 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 der erde bist du mutiert ich habe wieder mal vergessen meine musik ein bisschen zu erweitern aber quer die was hat sich das standard zeug drin das meine ich nicht ich meine allgemein zu zu erweitern das wurde meint die playlist zu vergrößern ja genau das meine ich damit ja das mache ich nach und das ist ein schleppender vorgang oh ja ja warum dir das doppelt macht weiß ich nicht aber es ist ein mysterium ja genau genau so meine ich dass ein waschgerät okay ich musste gleich da wasser machen okay dann weiß ich da bescheid dann machen wir hier gleich da ein steinchen in den steinchen hin und dann ziehe ich die hier durch container ist voll was du nicht sagst das wird nacht bleiben oh je du weißt was das heißt ne holt die pfadden raus äh was nicht gerade was hab ich nie gemerkt naja erzähl so klar noch rein heftig ansortieren richtig produktiv junge naja manchmal pilze 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 das hier steht das wasserskrieg ist stimmt jetzt auch erst eine kunst bestimmt ich weiß es ja nicht hier muss man nur still kriegen mir läuft schon die nase das ist ziemlich geil euch nutzen jung ja ich denke mal was willst du machen man kann man nichts machen gegen es ist so wie es ist schon wieder eine koralle soll nach nichts aussehen es soll nur sein zweck erfüllen richtig meine rede ich muss da noch umgehen ich brauche ein e system das bin ich gerade gar nicht ich glaube hier kriegst du keine extra modifikation ja das wäre geil ne das wäre schon awesome irgendwie ich brauche nicht viel aber ein e system ist ja schon geil aber wie sieht es eigentlich bei dir aus in deiner aktuellen minecraft hast du da eigentlich was vor mit me oder ist da was in planung also geplant ist auf jeden fall das me system ist da es muss nur noch zusammengesucht und gebaut werden das ist ja richtig da bin ich ja richtig stolz auf dich na ja ich auch also auf mich da hat sich gerade ein kumpel über mir sehe ich gerade spielt gerade was muss ich dir mal sagen dass der bald in einer creatives folge auch vorkommt es hat die frage es hat die frage auf steam ob es dieses team overlay anzeigen mit aufnimmt das weiß ich das weiß ich nicht kann sein dass es nicht mehr mit aufgenommen wird das kannst du sogar einstellen egal ich habe noch keine geheimnisse außer schreibt mich jetzt einer an das wäre es natürlich die aufwachsen die jungen mit dem koks der geht klar was die bescheuze überweisen sie bis morgen zwei millionen bis Jetzt haben wir eine kleine Weed-Farm hier, Alter. All you need is weed, no? Sweet weed. Aber jetzt habe ich schon einen Folg getwittert für diese Folge. I see what you did there. Komm, lass uns mal hinlegen, ein bisschen dunkel hier draußen. Äh, warte. Äh, falsche Taste, hurra. Jo, läuft. Ja, bin ich schon unterwegs. Wo habe ich noch nicht das Discord-Fenster? Das kann ich dir auch nicht sagen. Das weiß ich alleine nur du. Ja, ja, ich hab's. Ganz wichtig. Gut, da läuft alles. Ich bin gerade ein bisschen sehr vorsichtig, was die Einstellung in meinem Fenster angeht, ne? Ja, guck mal, was du da vorhast. Ich sortiere, mein Name ist Sortires, ich bin Grieche. Also, ich knall hier mal alles voll. Und du sortierst ja gerade. Mach bitte eine extra Kiste zum Vollknallen, damit ich... Ja, hinten, 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 hier hinten doch. Ja, wo hinten? Ja, hier die Holzkisten. Ja, dann nehmen wir mal am besten, äh, warte, welches leer. Die, die, die da bei der Laterne, die ist leer, die mittlere hier, knall da mal rein. Ja, ich hab die jetzt, die oberen zwei hatte ich jetzt eben schon voll gemacht. Also, das heißt voll. Du bist ein Held, Alter, das kann nicht wieder von vorne anfangen. Ja, dann sag das doch nächstes Mal. Na, egal. So bekommt man ihn an Arbeiten. Ja, Zuckerbrot und Peitsche, oder? Verstehe schon. Hm, ich weiß auch nicht, warum ich das hier einfach hinge... Am Anfang hab ich das hier hingemacht, weil die eigentlich eine Zwischenetage gehen sollte. Auch wenn ich das wegziehe, ne? Ja, das ist ein Loch. Mal löschen. Hm, schwierig. Sehr schwierig. Wo hast du den Holz versteckt? Das weiß ich noch nicht. Ah, das ist gut, dann suche ich mir selber. Ah, Bodenflor. Und Floor ist Boden, ne? Der Boden ist Lava. Was? Deswegen stehe ich ja auch auf der Treppe. Ich mach hier den Boden hin. Sind das nicht die gleichen Pelze irgendwie? Doch. Muss man nicht verstehen. Okay. Kack, das kann da raus, das kann da raus. Wenn du Lampen findest, ja? Ja. Die wir oben stehen haben, jetzt da in dem Eingangsbereich. Ja. Tu die mal gut weg, weil ich brauch die gleich. Ja. Da mach' ich mal random gekrebt hier rein. Dann haben wir hier schon mal einen kleinen Raum. Soll ich sagen. Müssen wir so viel Mist haben, eigentlich? Ja. Okay. Ich frag' nur von Freunden, ne? Ja. Also lass' ich hab' kein Holz mehr, ich denk' die ganze Zeit, warum? Nun. Wundenflor. Wundenwall. Wundenwall. Wundenslaps. Ah ja, hier kann man's reinmachen. Hm? Oh, was hat der da? Müll. Hm? Haben wir noch? Wut? Wut? Wut, man? Ich brauch' Wut. Okay, jetzt muss ich Holz besorgen gehen, Leute. Liebe Leute. Erstmal Holz besorgen. Oh, ich wünsche viel Spaß dabei. Ich wünsch' dir viel Spaß dabei. Ich wünsch' dir viel Spaß dabei. Das ist sehr spannend. Nicht? Ja. Okay. Ich glaube, wir haben aber keine Lust, ey. Ewig viel. Hier fällt dann hier auf, wenn ihr was klaus. Ist so ne Fackel dran. Ja. Das hätten wir. Gut. Ähm. Das da. Guck mal das ganze Zeug da raus. So. Ist da hinten. So. Ich würd' sagen. Sieht sehr komisch aus. Der Baum hat nur noch einen kleinen Stamm. Okay. Reicht. Reicht. Seht auch so. Warte mal. Ganz kurz. Ich muss mich gerade erst mal an die Tastenkombinationen erst gleich erstmal hier wieder gewöhnen, ey. Boah, das geht mir aber auf die Nudel hier mit deiner Zone. Was mir auf die Nudel geht, ist meine Nase, ne. Wollte ich gerade mal auch gesagt haben. Boden wall. Ja, muss ja. Aber ich brauch' keine wooden wall. Ich brauch' Boden. Boden floor. Ach, die macht man so. Ja, ja. Boden slabs. What. Und. Malted wax. Tu mir aber einen Gefallen. Wenn du Sachen in die Kisten machst, mach bitte nichts da rein, was nicht schon irgendwie drin ist, ne. Sonst sortiere ich in der nächsten Aufnahme schon wieder, da hab' ich keinen Bock drauf. Hier ist Wachs. Ähm. Bau hätte ich keinen Bock drauf. Hier war Holz. Ey, der Schnee. Gehirre noch nie sortiert. Ne. Wie man sieht. Einer war die und die. So, dann baue ich die mir hier. Ne. Ich bin nur ein Mann. Allein. Gegen die Wildnis. So. Gut. So. Das hätten wir. Hier kommt jetzt mal. Alles dreckige rein. So richtig. Floor. Weißt du. Also eigentlich Flur, ne. Boden. Ja. Siehste. Schon richtig gekauft. Der Böden ist das. Der Böden ist das. Das zählt auch noch zu Dreck. Ähm. Das ist eine andere Art Dreck. Das ist sehr dreckig. Okay. Weißt du. Wir machen hier die spannenden Arbeiten. Und der klappelt da vor sich hin. Bum. 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 Ich randaliere ein bisschen. Randaliere. So. Ist cool. Das Container ist voll. Das Loch geht mir auf den Nudeln. Ja. Wem nicht. Wie. Ich finde die Leitern richtig gut hier. Ja. 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 Es ist fertig. Ich kommst da kaum hoch. Ich runde du schon gar nicht. Also runter kannst du echt knicken. Ne. Kein Problem. Wenn man weiß wie. Wenn man weiß wie. Okay. Jetzt suchen wir mal Lampen. Lampus. Lampen ist klein. Wir haben Gaslampen. Die reichen erstmal. Okay. Für oben reichen die erstmal. Gut. Ich schalte hinsetzen. und die katze nervt schon wieder. weiss nicht was du hast. du hast fast ein problem. ja es ist zweibeinig und nervt. ich höre es hart. reicht das so? licht? ja würde ich sagen oder? du hast ja hier vielleicht noch mal einen in die ecke stellen. ja, hell genug. helge schneider. ich weiß sie waren hier drin, deswegen tue ich auch wieder hier rein. geht nicht auf 100. hier ist dreck drin. hier ist holz drin. so. ich vergesse immer unten, dass unten eine leiste auch noch zeug ist. das ist echt super, wenn man sortieren will und dann alles doppelt machen muss, weil man es nicht weiß. schnee mache ich mir da nicht rein. das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. haben wir das auch drin? muss da mal nicht rein. samt, weil ich vielleicht zu dreckig machen. salzrock. ok. sieht ja überhaupt nicht übertrieben aus, ne? nö. kann man machen. ich weiß ja nicht, was du machst, aber... ja, kann man machen, das reicht. kann man machen. äh... ja, äh, 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 kann man machen. alter, wie geil das aussieht, wenn die treppen hoch gehst. also die stufen hoch gehst. hast du gesehen? ne. ja, guck mal hin. guck mal bis auf. ok, das sieht sehr geil aus. ja, das stimmt. so, jetzt haben wir erstmal hier ein schlafzimmer. zum schimmeln? hm? zum rumschimmeln? ja, zum schlafen, ja. hau mal eisig durch. naja. ist zwar nur klein, aber... das redwood walls auch holz. ok. ok. wir nehmen jetzt schon eine folge auf und ich sortiere eine folge lang nur scheiße. das ist total geil. weil wir super ordentlich sind hier. ja, aber... kann ich mal licht ausmachen, ja. dunkel sortiert sich gut, ne? weiß ja bescheid. die teleporter, die könnten wir auch nach oben setzen. die könnten wir auch machen. ja, das kann ich aber nicht benutzen. weg tun. ihr müsst es halt selber. ja, 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 ja. das einzige was sein kann ist, dass wenn wir hier spawnen... was ist das? mit der ruhe. immer mit der ruhe. wie viel blätter haben wir bitte? ein bisschen was. ein bisschen was? willst du mich verarschen? das hast du gemacht. du hattest so viel blätter gebraucht. äh, blätter hast du gemacht. okay. i'm out. tschau, bis zum nächsten mal. ne, du nicht. hier muss ich echt überlegen. wie mit dem brot. ist der liquid. und das. und dann kriegen wir brot. so. bread. pit. schnee. ingreeded. was ist das? oh je. da fragst mich was. wegiable. könnten das... es könnten... wegiable, könnte sein... salate und so. kann sein, ja, ja. aber das andere nicht. hm. bei suppe ist hier noch besser. liquid, viagel und... ja. keine ahnung.